Hallo Leute! Heute um 20 Uhr gibt es einen Livestream bei jemandem, den ihr eigentlich schon aus meinen Videos kennt. Aber er ist nochmal in der Infobox verlinkt. Er heißt MeinMaker und dort bin ich heute zu Gast. Und ich hoffe, euch wird es gefallen und schaltet auf jeden Fall bei ihm ein, damit ihr uns zwei Live-Spielen sehen könnt. Macht es einfach! Bis heute 20 Uhr. Ciao! Bis heute 20 Uhr.